Op 4, Last Operator standing. Was macht der denn da? Nee. Kannst du ihn anschießen, das merkt er nicht. Er ist runtergefallen, jetzt musst du ihn aber normal wechseln. Pass auf, sonst kühlt er dich. Sagt er sonst, wenn er bei den Stars da kommt. Aight. 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 Jetzt weiß er genau, wo der ist. Der ist bei Tactical Hide. was ist diese scheiß hast du du hast keinen kontakt dran hatten nein hat er gut gemacht du kannst ihn sehen kannst du ihn sehen kannst du ihn wieder laufen 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 Das war's. Oh Gott. Hier kann ich noch nicht mal mehr reporten, weil er schon alles hat. Echt? Ja. Ich konnte nicht mehr reporten.